Radio Tonkohle 105,3 präsentiert die Musikschulwoche 2019 vom 30. September bis zum 2. Oktober. Erkunden Sie die Musikschule Hildesheim und lassen Sie Ihre Kinder die enorme Vielfalt der Instrumenten- und Musikwelt entdecken oder testen Sie selbst. Die Musikschulwoche bietet drei Tage offenes Haus. Los geht es täglich um 15.15 Uhr mit einem Kinderkonzert. Am Montag heißt es kreuz und quer übers Meer. Am Dienstag keine Angst vor wilden Kerlen. Und am Mittwoch Katze, liebe Katze. Anschließend dürfen unter Anleitung der Lehrkräfte bei der Streichelwiese alle Instrumente selbst ausprobiert werden, bevor es in die nächsten Konzertrunden geht. Bei der sich Solisten, kammermusikalisch besetzte Ensembles, Chöre, Bands und Orchester präsentieren. Alle Angebote sind barrierefrei und kostenlos. Das Programm und weitere Informationen gibt es auf www.tonkohle.de Die Musikschulwoche 2019 vom 30. September bis zum 2. Oktober in der Musikschule Hildesheim. Die Musikschule Hildesheim